Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5. Ja, heute machen wir mal eine kleine Wildsession. Wir sind jetzt mitten im Wald und ich habe natürlich auch was Schönes dabei. Wir versuchen jetzt einfach mal diese Tiere hier da vorne mit einer gezielten... Oh Gottes Willen! Mit einer Granate zu töten, aber das... Die Granate ist schon ein bisschen in der Luft explodiert. Das war nix. What the fuck? Die Hirschkuh lebt noch. Okay. Schauen wir uns mal diese Tiere an. Ihr seht schon, die haben eine ganz andere Struktur als in GTA 5, Playstation 3. Das Blut ist viel realistischer. Aber wenn ich jetzt durch das Blut laufe, müsste ich eigentlich... Blut an meinem Bein haben. Ah ne. Ich dachte schon. Naja. Arme Kuh. Arme Hirschkuh. Oder was das ist. Keine Ahnung. Guck mal, wie der da liegt. Moin Moin. Ja, da würde ich sagen. Wald meins heil. Oh, da frinklen wir jetzt echt drauf. So. Ja, ich bin ja auf der Suche nach Tieren. Ich muss irgendwie so 20 Tiere abballern. Irgendwie. Also so 20 Tiere töten. Und das ist gar nicht mal... Abballern, äh. Fotografieren meine ich. Unter anderem natürlich auch der Berglöwe. Wildschweine. Und noch viele andere Tiere. Nur ganz ehrlich. Wo sind diese Scheißtiere? Wildschweine könnte ich mir jetzt schon denken, wo die sind. Oh, ich dachte da wäre was. Die könnten hier am Hang sein. Da schauen wir am besten mal, ob wir da vielleicht ein paar Wildschweine finden. Versprechen kann ich es natürlich nicht. Wenn der Bergpuma auftaucht, haben wir natürlich auch schon... Och, bin ich bescheuert. Ich treibe wieder alle Tiere, echt. Wir müssen ja auch Vögel noch aufnehmen, unseren Zeug. Richtig komisches Zeug. So, schauen wir mal. Nein! Oh, Mann, ich hasse die Wildnis. Ich verpisse mich hier. Komm mit, wir hauen ab. Ich mache nachher weiter mit der Wild-Session. Oh, geil! Da vorne ist ein Motorrad. Berglöwe, Digga! Berglöwe! Keine Ahnung, was der da macht. Auf jeden Fall brauche ich das Foto. Achtung! Nein, bitte nicht! Der hat mich gerade gefressen, aber ich habe das Foto, glaube ich, gespeichert. Jetzt schauen wir mal, ob ich es dem Typen da senden kann, weil ich bekomme ja ein Kraken-U-Boot dafür. Und mit diesem U-Boot kann man dann tauchen mit Walen, mit Hammerhain und mit anderen Gedöns. Das wird richtig geil. Aber jetzt schauen wir nochmal. Das macht gar nichts. Äh, haben wir irgendwo eine Galerie? Galerie, Galerie, Galerie. Selbstportrait, Foto machen. Ich dachte, das wäre in der Galerie abgespeichert. Wo ist denn hier die Galerie? Bitteschön. Ich habe hier keine Galerie! Boah, Mann, jetzt habe ich... Ne, das kann jetzt nicht wirklich euer Ernst sein. Oh, das war es wohl. Naja. Kurze Begegnung. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das geht mit der Galerie. Muss ich nachher auf jeden Fall mal schauen. Oder ich muss nochmal einen neuen Berglöwen jagen. Was, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe eine gefährliche Sache mit so einem Berglöwen. Er greift einen an und ich kann das Foto nicht mal verschicken. Schade, schade. Oh, nice. Ich liebe Grand Theft Auto. Das wird auf jeden Fall auch noch auf dem PC gesuchtet. Moin, moin. Sterbt, ihr Bullen. Habe ich nicht noch eine Granate am Start? Nee. Kein Geld mehr. Yo. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer 2games.com auf der Playstation 4 und ciao.